...wann ich das frei mache, ich kann tun und lassen, was ich will... ...und kann man irgendwie besser machen, aber ich kann es nicht mehr machen... ...und kann ich nicht mehr machen. Ein ganz anderer, ich kann nicht mehr wissen, wie man es sich an der Welt ist. Ja, also leben und leben lassen... Das ist ein Wachstum, der in Corona heißt, die Grunde zu nehmen, das Bedürfnis des Wartes, das in den Augenblick zu nehmen, das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das war ein überzeugender Werbe für Frankreich. Das war toll, sagt ich doch nicht. Das ist doch die Sprache. Die Nachschreise, die verschiedene Sprachen, die war sehr, sehr lecker. Auch sehr süß und für mich ausgeschlossen, nämlich, wo ich finde, da hat er sich sehr, sehr begegnet. Das ist ein Wachstum. Da muss ich dann keine vier Stimme. Aber es gibt auch eine sehr politische Stimme. Nein, nicht so eine. Nein, ja, selbst gesagt, zum Thema. Ein Wachstum, 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 ein Wachstum. Ich habe schon gefallen. Das ist so eine Militarnachspeise. Die kann man natürlich auch als Eis zeliern. Ich frage ich schon mal, da hat die Akzeption auf unserer Wand. Nur wenn hier beim Akzeption das Licht ausgeschaltet wird, würde sich einigsten, was leichtweil die Folgen hätte untergegeben. Also wenn Kalisina ist gesehen, wie ich, da musste man es viermal neun wählen, wenn man sich neun passt, das ist nur sechsmal. Ja, natürlich. Vielen Dank.